Hallo Moin Moin und Guten Tag. Wir beide sind es mal wieder, Ricarda und Michael Karlstadt. Ja, wir besuchen heute die Forellenteiche Ahlen. Genau, ich bin das erste Mal hier und ich bin schon öfter hier gewesen. Es gibt auch eine Forellensee Vorstellung von mir über diesen Teich und wir wollen heute mal den Portionsforellen nachstellen. Bleibt dran! So, Ricarda schon da. Einen drauf. Und er läuft und er läuft. Einmal die zumachen und Fisch. Ich hatte den, ich hatte den gerade. Ich habe gedacht, die Fische sind tief. Sind sie aber gar nicht. Die sind relativ hoch. Ich habe hier ein zwei Meter langes Vorfach dran und habe eben gerade so 70 Zentimeter über Grund gehabt. Keinen Biss bekommen. Jetzt habe ich so zwei Meter über Grund. So, die erste Forelle ist im Sack sozusagen. Habe ich gerade mit der auftreibenden Montage. Marshmallow mit Kadaveröl und eine ganz normale Bienenmale dran. Also ganz normal, klassisch. Und ich habe zu Anfang bei einem gut zwei Meter langen Vorfach, ja, den praktisch zu Anfang 50 Zentimeter, 70 Zentimeter über Grund gehabt. Da habe ich gar keine Bisse bekommen. Und jetzt haben wir eben gerade so ein bisschen Aktivität an der Oberfläche gesehen. Da sind Fische, ja, ist besetzt worden. Und dann habe ich eben das Bleischrot ganz weit weg vom Haken genommen und bin jetzt so, ich denke mal, zwei Meter zwanzig über Grund. Habe das so ein bisschen an den Rand gelegt, sodass, wo es ein bisschen flacher hochgeht. Ja, jetzt bin ich eher im oberen Bereich. Erster Fisch ist da. Läuft. Ja, wir sind heute am Teich 1, glaube ich, heißt der. Am Portionsforellenteich. Genau. Das war früher, man sieht das vielleicht so dahinter, da ist noch ein Teich. Das war früher verbunden. Ich war ein bisschen überrascht. Ich bin lange nicht hier gewesen. Und früher war es so, dass das zusammen ein Teich war. Und das war der Lachsforellenteich. Ja, und jetzt haben die den getrennt, haben einen hinteren Teil gemacht. Da sind aber nur Köderfische drin, da kann man nicht angeln. Und dieses hier vorne ist der Portionsforellenteich. Bis vier Meter tief. Genau, das ist, denke ich mal, ganz interessant auch. Von der Größe her, finde ich, ist das auch vollkommen ausreichend. Ja, das ist 80 Meter lang und dann ja nicht so wahnsinnig breit. Schauen wir mal. Portionsforellen sind halt drin. Und was wolltest du heute machen? Also, da es heute ja Portionsforellen werden, will ich einfach mal wieder ein bisschen UL probieren, Spoons durchziehen, eventuell noch ein paar Gummiköder, weil das ist ja eigentlich bei Portionsforellen eigentlich immer erfolgreich. Ja, ganz genau. Ja, das werde ich auch machen. Ich möchte ja also heute auch auf jeden Fall UL angeln und werde aber auf jeden Fall noch eine auftreibende Montage an Zweitrute reinwerfen. Mal schauen, ob da noch Fische draufbeißen. Ich bin gespannt. Bleib dran. Und bei dir beißt es wieder. Ja, da ist der Nächste auf dem Mirok. Da ist er. Also wirklich schöne, kampfstarke Portionsforellen. Ja. So ihr Lieben, ihr seht, schöner Porti. Vor allen Dingen, was ich hier auch schön finde, man sieht das, die Brustflossen sind voll entwickelt. Ja. Alle Flossen sind reile. Ja. Und auch für so einen kleinen Fisch einen Riesenschwanz, ne? Ja. Und dadurch haben die natürlich wirklich viel Power. Ja. Und wie man sieht hier, das ist der Rock aus dem Adventskalender. Ich könnte mich ja schon ärgern, dass ich nicht einen zweiten genommen habe. Aber, wie gesagt, vielleicht habe ich die Chance ja dieses Jahr wieder. Fisch? Fisch. Der Nächste. Also ich muss ja sagen, ich bin ja echt begeistert hier von den Fischen. Die schlagen so dermaßen in die Rute rein. Und wie man sieht, also die kämpfen vom Feinsten hier. Ja, ihr Lieben. Da seht ihr wieder, das ist wieder der Rock. Der ist vorne weiß mit einem kleinen Punkt, mit einem roten. Und von der Rückseite ist er schwarz. Der scheint wirklich super zu laufen heute. Und wie man sieht, auch wieder der Fisch, makellos. Die Brustflossen alleine. Also ganz tolle Tiere hier. Hier komme ich öfter hin. Ja, Uel, du hast ja ein paar Fische gefangen mit dem... Genau. Mit dem Rock. Mit dem Rock, genau. Aus dem Adventskalender. Ja, genau. Also 4,2 Gramm, relativ schwer. Ja, weil ich erst dachte, die Fische sitzen sehr tief. Aber waren sie leider doch nicht. Ja. Ich habe den dann einfach nicht mehr durchsinken lassen. Ich habe den dann sofort nach dem... Rute ein bisschen hoch. Genau, nach dem Einwerfen auch sofort eingeholt. Und dann kamen erst ein paar Bisse, ja. Ja, genau. Da habe ich auch erst nach dem Besatz gut mit gefangen. Aber plötzlich war Schluss. Und ich habe keinen Fisch ans Band gekriegt damit. Komischerweise. Ja, komischerweise. Ich habe den Rock allerdings nicht ausprobiert. Sonst ist manchmal tatsächlich eine Sache, dass man den richtigen auch nehmen muss. Ich habe verschiedene andere probiert. Ich habe es erst mit dem ganz Kleinen probiert, mit dem Fly. Ich habe es mit dem Hammer probiert. Ich habe den Dragon dran gehabt. Also unterschiedliche. Aber irgendwie habe ich nichts dran bekommen und habe dann ja einmal komplett umgeschwenkt und habe meine Spoonrute zur Seite gestellt und habe meine Posenrute rausgeholt. Meine Tremarella-Rute, eine Einzauer-Excalibur, eine 3-Gramm-Pose. Das reicht ja an so einem Teich hier völlig aus. Aber jetzt wird es auch richtig windig, ne? Ja, es ist eigentlich den ganzen Tag schon ziemlich windig. Ja. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. Genau. Mit der 3-Gramm-Pose muss man dann so ein bisschen gucken. Da ist zweieinhalb Gramm Blei unten dran. Muss man so ein bisschen gucken, wirklich, wie man wirft. Weil gegen den Wind wirft man nicht weit. Ne, das stimmt. Aber muss man hier zum Glück auch nicht, ne? Ja, genau. Schauen wir mal, wie es wird. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Danke. Da ist er. Mein Kescher habe ich da. Ach, komm schon. So, da haben wir wieder eine. Hey, ihr Lieben, was soll ich sagen? Wurste mich leider geschlagen werden mit Spun. Es lief leider nicht mehr so gut. Und wie gesagt, immer schön die Nachbarn beobachten. Und die haben im Moment den Bienenmagen gut gefangen. Auf Stand. Jetzt habe ich einfach mal unseren fleischfarbenen Okto ausprobiert. Und dann schön draufgezogen, dass der schön rotiert. Und was soll ich sagen? Erster Wurf. Gleich frischi. So, das ist unser Okto. Und darauf habe ich vorhin recht gut gefangen. Machen wir so einen nochmal dran. Der sind schon so ein bisschen vorgeformt. Und wenn man den dann entsprechend aufzieht, dann bewegt er sich eigentlich wie Teufel. Relativ großen Haken. Ich habe hier einen Sechser. Da oben rein. Und dann nicht ganz durchziehen, sodass er so ein bisschen diese gekrümte Form behält. So sieht das eigentlich ganz gut aus. Und normalerweise läuft er dann auch wirklich gut. Und dann wird er dann auch wirklich gut. Wenn man so ein Okto aufzieht, muss man auf jeden Fall kontrollieren vor den eigenen Füßen, ob der richtig vernünftig läuft. Also wenn der nicht gut läuft, dann muss man es einfach ein bisschen nachkorrigieren, ein bisschen weiter auf den Haken schieben, ein bisschen weiter wegschieben. Der läuft wirklich hervorragend, wenn man ihn gut aufgezogen hat. Wenn er nicht läuft, fängt er auch keinen Fisch. Ja, er nimmt, er nimmt, er nimmt, er nimmt, er nimmt und hängt. Man soll es ja nicht glauben, aber ich habe jetzt ausprobiert Bienenmade. Ich habe passt ausprobiert. Ich habe jetzt den Okto dran gemacht, jetzt läuft es wieder. Da kriege ich echt die Krise hier. Danke sehr. Da ist er. Ja. Ja. Musik Wie gesagt, jetzt unser Fleisch formen auf. Musik Umhängt. Musik Ja, wie war es? Gut, es war interessant. Also die Fischqualität hier ist echt super, muss ich sagen. Die machen auch unheimlich viel Spaß für Portionsforellen. Ja. Ich würde sagen, erfolgreich waren wir eigentlich auch. Ja. Da können wir uns nicht beschweren. Außer uns war noch ein Angler hier an dem Teich. Hinter uns, das ist jetzt der Lachsteich. Das war früher mal der Portionsforellen-Teich. Ist jetzt der Lachsteich. Da waren ein paar mehr Leute dran, 4, 5 oder so was. Genau. Aber an unserem Portionsforellen-Teich, wie gesagt, war nur noch eine, außer uns noch ein Angler da. Ein paar Fische haben wir bekommen. Ich fand's, also, wie gesagt, ich habe auch Blech nicht mal einen Anfasser bekommen. Also, du hast ja ein paar Fische gehabt und hast aber auch viele Fische verloren. Genau. Also, man hat's gemerkt, die haben halt doll reingebissen, aber nur spitz. Deswegen sind die, ich glaube, drei oder vier Fische habe ich wirklich verloren, weil die ausgeschlitzt sind. Ja. Also, es war schwierig und das war wirklich, direkt nach dem Besatz habe ich viele Bisse bekommen und auch ein, zwei Stück gefangen, aber dann war's tot. Ja, bei mir war's so, dass ich dann umgeschwenkt bin auf meine Posenmontage, auf meine Trembarella-Route. Habe dann mit Bienenmade, habe ich einen Fisch gefangen noch, mit Pasta habe ich auch noch einen Fisch gefangen. Erfolgreicher wurde's aber erst, als ich dann den Okto dran gemacht habe, war mit dem Okto dann wirklich deutlich besser. Also, ich, keine Ahnung warum, aber das war irgendwie, das Rotationsverhalten war eigentlich wesentlich besser. Aber es wäre vielleicht ganz schön gewesen mit Bienenmaden, aber es war so kalt, dass die Bienenmaden nach zwei, drei Würfen in dem kalten Wasser, also wir haben wahrscheinlich null Grad oder sowas, also wirklich richtig kaltes Wasser, da waren die so schlapp, dass sie dann auch nicht mehr ordentlich drehten und das ging natürlich mit dem Okto viel besser als mit den Bienenmaden. Ja, und deswegen habe ich auch später auch gewechselt auf dem Okto und wie gesagt, erster Wurf, gleich sofort einen Fisch gehabt. Ja. Wie gesagt, der dreht sich einfach ganz toll, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und da kommt der natürlichen Bienenmade einfach sehr nah, finde ich. Ja, genau. Und die Fische nehmen es gut an, wie man sieht. Und die schlucken den auch, also, ja, die sagen nicht, also, beißen nicht so spitz, wie das zum Beispiel bei einem Blech ist, sondern die nehmen den auch wirklich. Es war drüben der andere Angler, der hat mehrere Fische gefangen mit einer normalen Pilotkugelmontage und einer Bienenmade, die er einfach durchtreiben lassen hat. Und das, damit war der Erfolgreich, das würde ich beim nächsten Mal auch machen. Also, einfacher wirklich noch oberflächennacher angeln. Aber das war jetzt das erste Mal für uns hier am Teich. Ja, da wird es manchmal schwierig. Ja, aber ich finde, dafür haben wir es gut gemacht. Ja, genau, dafür war es in Ordnung. Bei den Bienenmaden, wenn die einfach nur durchtreiben, genauso wie mit der auftreibenden Montage, da geht das dann. Dann ist das nicht so wild, wenn die so schlapp sind. Aber wenn man damit wirklich Trevarelle angeln will oder so die anködern will, dass sie vernünftig rotieren, dann geht das mit den kalten Bienenmaden aus dem Wasser, wird das echt schwierig. Also, das ist, wie gesagt, so zwei, drei Würfe und dann den Köder wechseln und so. Fand ich jetzt nicht so spannend. Deswegen haben wir da dann eben gesagt, aufs Gummi wechseln. Und das war, wie gesagt, war erfolgreich, war gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr am nächsten Montag wieder einschaltet und wenn ihr am nächsten Donnerstag wieder einschaltet und guckt. Und guckt auch auf meinem Facebook-Profil vorbei oder auch bei Insta. Unter Mike's Big Trout findet ihr mich da, nicht unter Michael Kaltstadt. Michael Kaltstadt ist meine private Seite bei Facebook. Darauf werde ich nichts mehr posten in Zukunft, sondern nur noch unter Mike's Big Trout. Das ist einfach meine Seite und da findet ihr mich auch. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.